Hi Folks und herzlich willkommen zum Big Brother YouTube Tag. Ja, ich habe mir gedacht, es ist irgendwie schon seit Ewigkeiten kein Tag Video mehr im Umlauf und da habe ich mir den Big Brother YouTube Tag überlegt. Zu Big Brother selber, denke ich, muss ich nicht viel sagen. Für all diejenigen, die es nicht kennen, werde ich mal kurz erklären. Also Big Brother ist ja eine Fernsehsendung, wo, keine Ahnung, zwischen 10 und 12 Leute in einem Haus zusammenwohnen. Meistens sind das getrennte Bereiche, da hat man einmal den armen Bereich, dann hat man einmal den reichen Bereich und ja, die leben da zusammen, die müssen da irgendwelche Wochenaufgaben erfüllen und müssen sich dann letztendlich nominieren. Das ist der Punkt für diesen Tag. Da komme ich aber gleich nochmal genauer drauf. Und ja, es gibt auch verschiedene Formate von Big Brother. Also es gibt quasi das normale Big Brother mit Leuten wie ihr und wie ich und wie Leute, die draußen rumlaufen. Das gibt es aber leider schon ziemlich lange nicht mehr. Gut, ich habe das immer gerne geguckt. Und dann gibt es auch noch Promi Big Brother. Das war jetzt nie so meins. Und ich habe mir so gedacht, wie cool wäre es denn eigentlich, wenn es mal eine Big Brother YouTube Ausgabe Staffel geben würde. Einfach mal YouTuber in einem Haus, ob das jetzt prominente YouTuber sind oder ob das kleine YouTuber sind, das wäre auch cool, weil dann würden die Leute mal ein bisschen mehr von kleinen YouTubern mitbekommen und so hätten die dann auch vielleicht eine Chance, mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist eigentlich so der Grund, wieso ich auf diese Idee gekommen bin. Und ich habe mir einfach mal überlegt, ich mache daraus ein kleines Tag-Video, also mit dieser Vorstellung, dass insgesamt acht andere YouTuber mit mir zusammen in so einem Big Brother Haus sitzen. Und wie gesagt, all die Leute, die ich in diesem Video hier nominiere, die sind natürlich dann automatisch getaggt. Und ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dann, die getaggt sind, auch mitmacht und dann wiederum andere YouTuber taggt. Ich habe jetzt insgesamt acht YouTuber aus meiner Abonnentenliste genommen und vier davon nominiere ich, die dürfen im Haus bleiben und vier nominiere ich, die kommen auf die Liste und müssen dann von den Zuschauern rausgewählt werden. Also wenn die Zuschauer sagen, ihr fliegt raus, dann fliegen die halt auch raus. Das ist ja das Konzept von Big Brother und ich möchte an dieser Stelle mal ganz ehrlich sagen, es soll alles ein bisschen funny sein. Es ist alles aus Spaß gemeint. Ja, also es soll hier bitte keiner irgendwas, wer weiß wie böse nehmen, wenn er nominiert ist, sage ich mal, um quasi aus dem Haus rauszufliegen. Nicht so ernst nehmen. Lasst euch ein bisschen was Lustiges einfallen, um andere Leute zu nominieren. Das habe ich nämlich auch getan. Das werdet ihr dann gleich, wenn ich mit meinen Nominierungen starte, werdet ihr das hoffentlich merken. Und wie gesagt, also alle Leute, die ich jetzt hier erwähne, sind automatisch getaggt. Ich hoffe, ihr macht mit. Und bevor das jetzt hier noch ausartet, fange ich jetzt einfach mal an mit meinen Nominierungen. Und zwar werde ich das immer abwechselnd machen. Ich werde zuerst jemanden nominieren, der im Haus bleibt. Dann werde ich jemanden nominieren, der auf die quasi Abschussliste kommt und so weiter und so fort. Wie gesagt, dafür habe ich hier auf meinem Zettel insgesamt acht YouTuber aus meiner Abo-Liste stehen. Und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten Person an, die ich im Haus behalten würde. Und zwar ist das der gute Finchie von Finchies Welt. Hallo, hallo. Ja, schön. Der Grund, warum ich ihn im Haus behalten will, ist ganz einfach. Ich brauche nämlich eine Person, mit der ich auf jeden Fall ausgiebig über Fußball diskutieren und sprechen kann. Und das ist der Grund, warum ich den Finchie im Haus behalten würde. Natürlich auch, weil er ein netter Kerl ist und weil ich super mit ihm klarkomme. Aber wie gesagt, ich brauche auf jeden Fall eine Person, mit der ich über Fußball reden kann. Und das wäre in diesem Fall der Finchie von Finchies Welt. Also, du bleibst im Haus. Der erste, den ich auf die Nominierungsliste setze, der dann eventuell das Haus verlassen muss, das ist der Mirko von Mirkos Kosmos. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund. Denn ihr wisst ja, dass der Mirko sehr gerne lange Videos macht. und deswegen halt auch gerne lange labert. Ich labere auch sehr gerne und ich kann es natürlich absolut nicht akzeptieren, dass mit mir im Big Brother Haus jemand ist, der einfach länger labert als ich. Und deswegen, Mirko, bist du damit nominiert. Und wenn die Zuschauer dich raus wählen, dann tut es mir leid. Dann musst du leider aus dem Haus raus. Der nächste, den ich nominiere, um im Haus zu bleiben, das ist der Onkel Weidemann von Schroff gezockt. Hallo, hallo, ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier in der Tiki Bar. Warum ich ihn im Haus behalten möchte, das ist eigentlich, ja, eine ziemlich gute Begründung, denke ich mal. Ich durfte ihn ja letztes Jahr persönlich kennenlernen, habe sogar bei ihm übernachtet während der Gamescom-Zeit. Und ich muss einfach sagen, dass er ein absolut geselliger Typ ist. Und vor allen Dingen kann er im Haus erstmal richtig schön mit allen ein bisschen Whisky-Probe machen, denn da hat er den absoluten Durchblick. Und ich denke, dass er im Haus auch so ein bisschen, ja, der Papa wäre. Er würde, glaube ich, sehr gut in diese Rolle reinpassen. Und deswegen, lieber Onkel Weidemann, nominiere ich dich, dass du im Big Brother Haus bleiben darfst. Weiter geht es mit der nächsten Nominierung. Die Person muss eventuell das Haus verlassen. Und zwar ist das der Uschi. Der Uschi, den nominiere ich auf die Rauswurf-Liste. Und zwar, weil es da etwas gibt, was ich tatsächlich immer noch nicht verkraftet habe. Ja, tatsächlich. Es ist schon etwas länger her, da hat mich der Uschi einfach mal heimlich aufgenommen. Ich habe gerade hier mit dem Burning 81 ein kleines Geheimnis-Battle. Er weiß gar nicht, dass ich das jetzt hier aufnehme. Ein kleines Street Fighter 4-Battle. Ja, ich wette, du erinnerst dich mit Sicherheit noch daran, Uschi. Es war ein Street Fighter-Match. Und das war ziemlich lustig, denn er hat einfach gesagt, komm, lass uns mal eine Runde Street Fighter spielen. Hat mich da platt gemacht. Hat das Ganze heimlich aufgenommen. Wollte er zumindest. Ich habe nämlich dann über das Headset seine Stimme im Steam-Voice-Chat gehört. Scheiße! Verdammt, der Bernie hört mich! Verdammt! Sehr gut, Bernie! Sehr gut! Das habe ich ihm aber erst nachher geschrieben. Und ja, das habe ich immer noch nicht überwunden, Uschi. Und deswegen bist du auf meiner Nominierungsliste. Und wenn die Zuschauer es so wollen, dann fliegst du hochkant aus dem Haus raus. Dann kommen wir schon zur dritten Person, die ich im Haus behalten möchte. Und zwar ist das der gute Kevin, der Prono-2K. Und das ist so eine Sache, das ist eigentlich, denke ich, ganz spannend. Denn man muss sagen, wir liegen vielleicht nicht so ganz auf einer Wellenlänge. Und deswegen würde ich ihn gerne im Haus behalten, um einfach mal ein paar Gespräche mit ihm zu führen. Und unsere Beziehung noch ein bisschen zu verbessern. Dann, ja, das wäre einfach so eine Sache. Deswegen würde ich dich im Haus behalten, Kevin. Und ja, da können wir doch einfach mal ein paar Gespräche führen, ein paar Bierchen trinken. Und halt unsere Beziehung ein bisschen zueinander noch verbessern. Dann kommen wir zur dritten Person, die ich auf die Nominierungsliste setze und die eventuell das Haus verlassen muss. Und zwar ist das der Daddy-Retro von den Kaltduschern, Jungs. Und da ist das schon, denke ich, fast eine Nettigkeit, dass ich ihn auf die Nominierungsliste setze. Denn der gute Daddy-Retro muss sich natürlich um seinen alten Kaltduscher kümmern. Weil der kommt ja alleine nicht klar, der alte Kaltduscher. Beide. Kaltduscher. Richtig. Mit Kaltduscher. Und dann wollte ich mal nach einem halben Jahr gucken, was du hier so treibst. Ja, ich bin echt überrascht jetzt, dass du den Weg hierhin wieder gefunden hast. Ja, es hat gedauert. Ich musste einige Umwege machen. Deswegen, Daddy-Retro, setze ich dich auf die Nominierungsliste. Was die Zuschauer daraus machen, da kann ich natürlich nichts dran ende. Aber, ja, wie gesagt, wenn du rauskommst, dann kannst du dich um deinen Kaltduscher-Onkel kümmern. Der ist ja, wie gesagt, auch nicht mehr der Jüngste. Und der kommt alleine ja auch nicht so gut klar. Dann kommen wir schon zur vierten Person, die ich auf jeden Fall im Haus behalten möchte. Und zwar ist das der gute Raz von Razortainment. Die Begründung, warum ich ihn einfach im Haus behalten möchte, die ist, ja, schon ein Stück weit erotisch, würde ich sagen. Denn wer einmal die Stimme von Raz vom Kanal Razortainment gehört hat, der weiß, dass diese Stimme einfach extrem episch ist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf Razortainment. Mein Name ist immer noch Raz, aber das wisst ihr ja auch. Aber herzlich willkommen zur Hashtag zum Sonntag. Und ich würde mich gerne jeden Morgen von seiner Stimme wecken lassen. Ich glaube, dann startet man einfach absolut gut in den Tag im Big Brother Haus. Und ja, deswegen bist du auf der Seite, die im Haus bleiben sollen. Guter Raz. Und darfst mich dann jeden Morgen mit deiner epischen Stimme wecken. Das ist doch auch mal eine schöne Geschichte, oder? So, dann kommen wir auch schon zur letzten, der hier auf meiner Liste steht, den ich auf die Nominierungsliste setze, der eventuell das Haus verlassen muss. Und zwar ist das der gute Bafti. Ein richtig feiner Kerl, ein sehr netter Typ. Nur leider habe ich schon öfters gesehen, dass er in seinen Videos Red Bull trinkt. Wir brauchen das Ding irgendwie zu Werbezwecken, pipapo. Sag ich, okay, vielleicht können wir noch jemand anders fragen. Und in dem Moment, kein Witz. Und das, lieber Bafti, kann ich absolut nicht akzeptieren. Stell dir mal vor, du würdest im Haus Red Bull trinken. Ich glaube, ich würde jedes Mal einen Kotzkrampf kriegen. Und deswegen muss ich dich leider auf die Nominierungsliste setzen. Und wie gesagt, wenn die Zuschauer entscheiden, dass du raus musst, dann musst du leider das Big Brother YouTube Haus verlassen. Das war es mit meinen acht Nominierungen für das Big Brother Haus. Und jetzt seid ihr da draußen gefragt. Denn ihr sollt jetzt in die Kommentare schreiben, wen von den vier Nominierten, die aus dem Haus fliegen sollen, würdet ihr rauswählen. Wen würdet ihr vielleicht sogar von den Leuten rauswählen, die ich im Haus behalten würde. Schreibt es einfach in die Kommentare. Macht mit, seid aktiv. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei diesem kleinen Spaß mitmacht. Und ich möchte es nochmal sagen, alle acht, die ich jetzt hier nominiert habe, sind natürlich auch getaggt, sollen das Ganze weitertragen. Macht mit, lasst uns ein bisschen Spaß haben. Ich würde mich echt freuen. Und ich bin echt sehr gespannt, wenn das Ganze weitergeht, was da für Begründungen dann rauskommt. Und wie gesagt, also eine YouTube-Ausgabe von Big Brother hat es bis jetzt noch nie gegeben. Und wenn es die nicht gibt, die wird es wahrscheinlich auch nie geben. Machen wir das Ganze doch einfach hier auf YouTube. Erlauben uns den kleinen Spaß. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn euch die Idee gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vielleicht teilt ihr sogar das Video mal, damit noch andere darauf aufmerksam werden. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, denkt auf jeden Fall dran, die Nominierten im Haus zu lassen oder aus dem Haus rauszuschmeißen unten in den Kommentaren. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich bin raus und hoffe, dass wir uns auch im nächsten Video sehen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao, euer Bernie81. Tschüss.